Ja, hallo, guten Morgen. Mein Name ist Professor Dr. Karl Peter Fischer. Ich bin hier an unserer Privatuniversität Schloss Seeburg in Österreich in Seekirchen am Wallersee und ich bin auf der Suche nach Kooperationspartnern. Worum geht's? Dazu dieses kleine YouTube-Video. Ich habe mich spezialisiert als Professor auf dem Bereich Markt- und Werbepsychologie, Online-Kommunikation und digitale Kommunikation. Ich betreue Bachelorstudenten aus der Wirtschaftspsychologie und aus der BWL und Masterstudenten. Mein Angebot an Firmen, egal welcher Größe, ich suche Kooperationspartner. Das heißt Firmen, die daran interessiert sind, meinen höheren Semestern, Studenten und Studentinnen, einen echten Auftrag zur Verfügung zu stellen. Und meine Studenten werden dann ihre Aufgabenstellung entweder als Studienarbeit, wenn es etwas Größeres ist und ein interessantes Thema vorliegt, das Ganze vielleicht als Bachelorarbeit oder sogar als Masterarbeit ausarbeiten. Der Vorteil für Sie als Unternehmen ist, Sie bekommen ein theoretisches Konzept, aber mit praktischer Umsetzung und mit viel, viel Input geradezu spannenden Themen wie digitale Kommunikation, Online-Marketing, Digital Readiness und vieles mehr. Und das Einzige, was Sie tun müssen, ist, Sie müssen meine Studenten an der Hochschule in Ismaning, an der Hamm oder zum Beispiel hier an der Privatuniversität Schloss Seeburg, dass Sie meinen Studentinnen und Studenten ein echtes Briefing geben. Und wir werden dann gemeinsam in einem Kurs, der zu Ihrer Aufgabenstellung passt, ein ganzes Semester lang uns dann mit dieser Thematik beschäftigen, vielleicht noch zwei, drei kleine Briefings mit Ihnen haben oder Abstimmungsgespräche digital, vielleicht über Skype oder über ein Webinar. Und am Ende wird das Konzept, das meine Studenten und Studentinnen für Sie ausarbeiten oder ausgearbeitet haben, bei Ihnen in-Haus präsentiert. Und das Einzige oder die einzige Anerkennung Ihrerseits, was, wenn wir über die Kosten sprechen, ist vielleicht, dass Sie die Studenten ein bisschen bei der Präsentation, bei der Präsentationstechnik und bei dem Material, das die brauchen, vielleicht ein bisschen unterstützen und dass Sie uns eben einen echten Ansprechpartner in Ihrem Hause geben. Also, das war heute das frühmorgendliche Angebot aus der Privatuniversität Schloss Seeburg in Siegkirchen am Wallersee. Nochmal, mein Name ist Karl-Peter Fischer und ich würde mich freuen, wenn wir Kontakt bekommen, wenn Sie mich einfach mal ganz einfach anrufen, dann können wir die ein oder andere Sache ja gemeinsam klären und abstimmen. Meine Telefonnummer, meine Mobile-Nummer ist 0171 358 2159 und die Vorwahl Deutschland, wenn Sie aus dem Ausland anrufen, 0171 358 2159. Ja, würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen CEO, Abteilungsleiter oder Vertriebsleiter kennenlernen dürfte und wenn Sie vielleicht eine ganz interessante Aufgabenstellung für meine Studenten und mich hätten. Und ja, wir würden uns freuen, wenn es zu einem Kontakt kommt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss, euer Peter.